Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Folge 3, wie richte ich eigentlich den Wohnwagen oder das Wohnmobil gerade aus? Yo, Camping-Freunde und willkommen. Heute geht es ein bisschen darum, wie richte ich eigentlich den Wohnwagen gerade aus oder auch das Wohnmobil. Diese Folge ist natürlich dann insbesondere für alle, die gerade mit dem Camping anfangen, die sich einen Wohnwagen neu gekauft haben oder Wohnmobil gekauft haben, besonders spannend. Und zwar erzähle ich darüber, weil es mir mit unserem Wohnwagen auch nicht anders ergangen ist. Also ich habe das auch erst falsch gemacht und habe mich dann da belesen, wie man es eigentlich richtig macht. Und zwar ist ja das, die Stützfüße des Wohnwagens sind nicht zum Ausrichten da, sondern das sind Stützfüße und die stützen den nur ab, dass er nicht hin und her schaukelt. Richtig gerade ausrichten macht man anders. Und da fangen wir auch an mit dem Wohnwagen, das fängt eigentlich, beziehungsweise mit dem Wohnmobil, ist eigentlich egal. Man fängt natürlich erstmal an, man sucht sich meistens, darf man sich ja eine Parzelle aussuchen auf dem Campingplatz. Und da, wenn man sich dann eine ausgesucht hat, dann ist es natürlich ratsam, wenn man sich auch ein bisschen das Gefälle der gesamten Parzelle anschaut und wo man den Wohnwagen oder das Wohnmobil hinstellen möchte. Weil mir ist es auch schon passiert, dass ich den dann hingestellt habe und dann war das Ding am Ende so schräg, dass ich unter die vorderen Stütze auch noch zig Brettchen drunter legen musste und die Stützen dann gerade so gereicht haben. Und einmal war es sogar so, dass ich ihn dann nochmal umstellen musste, weil es einfach nicht gepasst hat. Von dem her schaut einfach vorher auf die Parzelle, eventuell dann doch eine andere nehmen oder halt den Wohnwagen einfach anders hinstellen. Ja, also wenn wir uns die Parzelle angeschaut haben, wissen wie wir den Wohnwagen hinstellen, dann gibt es beim Wohnwagen natürlich, und beim Wohnmobil auch, gibt es zwei Ausrichtungsrichtungen. Das eine ist die Querausrichtung und das andere ist die Längsausrichtung. Die Querausrichtung beim Wohnwagen, und da gibt es so Auffahrkeile, die kann man sich kaufen, die legt man dann, also man braucht davon nur eins, das ist so ein Set mit zwei Wohnwagen. Es gibt unterschiedliche Sets, also ich habe eins mit zwei unterschiedlichen Höhen, einfach ein Grundauffahrkeil und da kann man dann noch ein zweites oben drauflegen, damit man halt je nachdem die Höhe unterschiedlich ausgleichen kann. Man fährt halt auf die Parzelle hin, legt sich das Auffahrkeil unters Rad und fährt dann halt je nachdem wie man Platz hat, fährt man vorwärts oder rückwärts mit dem Wohnwagen halt da drauf. Beim Wohnwagen muss man immer noch ein bisschen drauf achten, dass man dann halt möglichst am Ende doch nochmal vorwärts fährt, nicht, dass dann doch noch irgendwie die Auflaufbremse drinnen hängen bleibt oder sonst so irgendwas. Das kann dann natürlich auch blöd sein. Also für die Querausrichtung, da muss man sich halt ein bisschen das Erfahrungswerte, ob man da jetzt einen Auffahrkeil nimmt oder zwei. Ich habe mir auch so eine kleine 40 cm Wasserwaage gekauft, die liegt immer im Wohnwagen, damit kann ich das dann auch nochmal kontrollieren und im schlimmsten Fall muss man halt nochmal runterfahren und ein zweites Keil noch mit runterlegen und dann halt wieder drauf fahren. Aber mit der Zeit kommt dann ein bisschen Übung und dann klappt das eigentlich recht gut. Also für die Querausrichtung beim Wohnwagen reicht ein Keil auf einer Seite, weil es bringt ja nichts, wenn man auf beiden Seiten auf dem Keil draufhängt, dann ist man genauso weit wie vorher. Ein Keil für links oder rechts, das muss man dann halt wahlweise hinlegen und dann mit dem Wohnwagen drauffahren. Es geht, bei kleineren Wohnwegen geht es auch noch mit Schieben, also wir schaffen es bei unserem ab und zu. Mittlerweile bin ich so gut beim Rückwärtsfahren und schaffe es, rückwärts draufzufahren oder halt dann auch vorwärts draufzufahren, schon auf die Parzelle. Und ansonsten, wenn man keinen Mover hat, dann kann man den Wohnwagen halt auch erstmal hinschieben und dann hängt man ihn einfach nochmal an. Das ist ja auch eine Sache von ein paar Minuten. Den Wohnwagen erst auf die Parzelle schieben, Keil hinlegen, nochmal neu anhängen und dann einfach draufziehen mit dem Auto und dann passt der. Ganz wichtig ist, sobald er steht, bevor man ihn dann wieder abhängt, den Wohnwagen, sollte man auf jeden Fall die Handbremse des Wohnwagens anziehen. Und bei den Keilen gibt es dann oft auch noch so einen Gegenkeil, dass er dann nicht doch noch runterrutscht, das ist einfach, dass er dann halt festhält. Und wenn man das dann gemacht hat, dann kann man den Wohnwagen abhängen, den Stützfuß, das Stützrad vorne runterdrehen und dann kann man sich auch schon an die Längsausrichtung machen. Beim Wohnwagen ist die sehr einfach, das ist das Schöne an dem Stützrad vorne. Man legt sich die Wasserwaage einfach in der Längsrichtung hin, guckt, muss er vorne rauf oder muss er vorne runter und dann kann man das mit dem Stützrad erstmal schön ausnivellieren, indem man es rauf oder runterdreht, so lange bis er gerade ist und dann geht man einfach hin und fährt, kurbelt die Stützfüße runter und dann steht das Ding gerade. Beim Wohnwagen ist es halt echt einfach dadurch, dass man halt mit dem Stützrad da wunderbar kurbeln kann. Das Wohnmobil gerade auszurichten, wir haben selber kein Wohnmobil, von dem her kann ich da nicht so detailliert drauf eingehen. Ich habe einen Freund gefragt, den André, liebe Grüße an den André an der Stelle und vielen Dank, dass er mir diese Info hat zukommen lassen, weil den habe ich nämlich gefragt, sag mal, wie richtet man denn das Wohnmobil gerade aus? Man sieht es immer auf Campingplätzen, aber sehen und selber machen sie natürlich immer zwei Paar Stiefel. Und der André hat mir das so ein bisschen kurz erklärt. Für das Wohnmobil gibt es natürlich auch Auffahrkeile und dort ist es genauso. Man fährt auf die Parzelle drauf, muss dann halt gucken, muss ich vor mit den Vorderrädern hoch oder muss ich mit den Hinterrädern hoch und dann legt man sich die Auffahrkeile entsprechend hin und fährt dann da drauf, zieht die Handbremse an und fertig. Die Besonderheit hier ist jetzt halt noch ein bisschen, das hat mir da auch der André gesagt, er hatte auch schon den Fall, dass er halt mit den Vorderrädern zum Beispiel unterschiedlich hoch musste, wie zum Beispiel mit einem Hinterrad, dann muss man halt ein bisschen sich die Auffahrkeile in entsprechenden Abständen hinlegen. Also das, was halt am höchsten gefahren werden muss, legt man sich direkt ans Rad und das, was halt nur ein bisschen hoch gefahren werden muss, legt man halt entsprechend mit ein paar Zentimeter Abstand zum Rad, legt man sich das zurecht und dann fährt man da einfach hoch. Dann gehen natürlich erst die Räder hoch, wo am höchsten müssen und dann das andere Rad, wo nicht ganz so hoch muss. Und hier empfiehlt es sich, ist es natürlich auch toll, wenn man nicht alleine ist, sondern wenn man noch jemanden dabei hat, der einen draußen ein bisschen unterstützen kann, ein bisschen einweisen kann. Das ist natürlich auch sehr, sehr, sehr von Vorteil. Und dann ist das da aber auch kein Hexenwerk. Also für das Wohnmobil und Wohnwegen gibt es, es gibt eine zig Auswahl an Auffahrkeilen. Da gehen, da hat glaube ich jeder auch so seine eigenen Vorlieben. Es gibt so halbrunde Keile, es gibt Stufenkeile, es gibt, was weiß ich alles, was es da an Keilformen gibt. Und ich selber glaube, es gibt gar keinen, das beste Keil, da hat jeder so seine eigenen Vorlieben. Da muss man wahrscheinlich, entweder man probiert ein paar durch oder man kauft sich einfach eins. Und wenn man feststellt, es klappt damit, dann ist es ja okay. Also ich habe mir auch nur ein Set gekauft und das habe ich jetzt und das funktioniert damit, auch wenn es noch zig andere Sets gibt. Also fassen wir nochmal ganz, ganz schnell zusammen für euch. Die Wohnwagen in der Querausrichtung gerade ausrichten, ist einfach auf die Parzelle fahren, gucken, auf welcher Seite muss ich hoch, dann entsprechend einen Auffahrkeil direkt ans Rad dranlegen und den Wohnwagen, entweder wenn man einen Mover hat, kann man mit dem Mover drauf fahren. Man versucht es von Hand drauf zu schieben, wobei das schon je nach Keil schon recht schwierig ist. Oder man hängt ihn halt nochmal neu an und zieht ihn einfach schnell mit dem Auto drauf auf den Keil. Die Längsausrichtung ist dann ganz, ganz simpel, indem man einfach den Kippwinkel, also indem man ihn vorne und hinten ausnivelliert über das Stützrad. Das kann man ja wunderbar kurbeln, rauf und runter, solange bis er gerade ist. Und dann einfach die Stützfüße runter, bis sie fest sind und fertig. Beim Wohnmobil ist es ähnlich, eben da hat man dann die Auffahrkeile, die legt man sich entsprechend halt vor oder hinter die Räder und fährt dann entsprechend den Ausgleichshöhen, die man braucht, fährt man dann halt auf die Auffahrkeile drauf, zieht die Handbremse an, ist übrigens beim Wohnwagen auch ganz wichtig, habe ich gerade vergessen, Handbremse anziehen, jeweils richtig feste, damit das Fahrzeug dann nicht doch noch auf einmal wieder ins Rollen kommt, weil dann wird es nicht mehr feierlich. Jo, das war es, wie man ihn gerade ausrichtet. Ich habe eingangs noch gesagt, dass wir den Fehler auch gemacht haben, das ist gerade für die ganzen Wohnwagenfahrer, die jetzt neu anfangen, enorm wichtig. Diese Stützfüße sind nicht zum Ausrichten des Wohnwagens gedacht, die sind wirklich nur zum Abstützen gedacht. Wenn man versucht, den Wohnwagen über diese Stützfüße auszurichten, da merkt man, zum einen ist es schier unmöglich, weil man brutal dran rumreisen muss, um das Ding überhaupt noch ein bisschen drehen zu können. Zweitens ist man ewig dran, weil es irgendwie sowieso nicht funktioniert und das Wichtigste ist eigentlich, es besteht dabei die Gefahr, dass sich der Wohnwagen verzieht und verbiegen tut unten der Boden, der Grundträger, dadurch, dass halt die Belastung so hoch ist punktuell und dafür ist diese ganze Konstruktion einfach nicht ausgelegt. Deswegen die Stützfüße nur zum Abstützen nehmen, ausrichten mit Auffahrkeilen und mit dem Stützrad und dann hat sich das. So, das war es eigentlich jetzt auch schon für diese Folge. Ich hoffe, den Einsteigern hilft das. Die alterfahrenen Campinghasen werden denken, jo, habe ich schon x-mal gehört und x-mal selber anderen erzählt. Für die war die Folge jetzt vielleicht nicht ganz so interessant, aber ich denke, es ist auch wichtig, dass man Informationen, solche Sachen gerade denjenigen, die anfangen mit sowas und da die selber vor Problemen stehen, vor Herausforderungen, dass man das vielleicht ein bisschen direkt mit an die Hand geben kann, dann ist die ganze Campingangelegenheit schon gleich viel entspannter, wie wenn man da schon nach Ankunft der Parzelle schon gestresst ist, weil man den Wohnwagen oder das Wohnmobil schier nicht gerade ausgerichtet bekommt. Alle Infos und die ganzen Links zu ein paar Auffahrkeilen findet ihr in den Shownotes unter www.camperontour.de-folge3 und ich freue mich natürlich, wenn ihr dann beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Vielen Dank, bis dann, ciao. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn du anderen Campern von diesem Podcast erzählen würdest, egal ob auf dem Campingplatz, auf dem Wohnmobilstellplatz oder in sozialen Medien wie zum Beispiel Facebook. Vielleicht kennt der Campingnachbar den Podcast ja noch gar nicht und das wäre ja echt schade. Damit kannst du mich unheimlich unterstützen und dem Podcast immer bekannter werden lassen. Und falls noch nicht geschehen, dann abonniere jetzt diesen Podcast mit einem Klick auf den Abonnieren-Button und du verpasst keine einzige Folge mehr. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit und dass du zugehört hast und ich freue mich natürlich wieder, wenn du wieder bei der nächsten Folge mit dabei bist beim Camper-on-Tour-Podcast, dem Camping-Podcast. Ich freue mich von Ihnen! Vielen Dank.